Musik Kennen Sie Mauritanien? Über das Land wird nicht oft gesprochen, was nichts heißen muss. Ich habe mich 2013 dort beruflich aufgehalten, etwas umgesehen und ein wenig von den Problemen dieses riesigen Wüstenlandes mitbekommen. Deshalb möchte ich heute darüber berichten, was ich in Mauritanien verstanden und was ich dort gesehen habe. Mauritanien liegt in Nordwestafrika, und zwar zum Teil in der Sahara und zum Teil in der Sahelzone. Er stellt also ein Brückenglied zwischen dem arabischen Nordafrika und dem Sub-Sahara-Afrika dar. Das Land ist mit einer Million Quadratkilometer dreimal so groß wie Deutschland. Seine Hauptstadt ist Nuakchot und es grenzt im Norden an die West-Sahara, die von Marokko beansprucht wird, und Algerien, im Osten an Mali und im Süden an Senegal. Außerdem liegen weit vor der mauretanischen Atlantikküste die Kapverben. Mauritanien ist nur gering bevölkert und hat mit 3,4 Millionen Einwohnern eine Bevölkerungsdichte von nur 4 Einwohnern pro Quadratkilometer, gegenüber 69 im benachbarten Senegal. Aber es hat eine hohe Geburtenziffer, 4,8 Kinder pro Frau im Jahr 2011. Die Bevölkerung setzt sich vor allem aus zwei Gruppen zusammen, den vor allem im Norden lebenden arabisch-barbarischen Mauren und den im Süden lebenden subsaharischen Volksgruppen Wollof, Fulbe, Tukulor und Soninke, vor allem am rechten Ufer des Senegal. Diese ethnische Nord-Süd-Gliederung bedeutet aber nicht, dass sich auf der Karte eine klare Trennungslinie ziehen lässt. Denn die Volksgruppen haben sich stark miteinander vermischt. Durch den Handel und durch die Kolonialisierung, denn Mauritanien war ab 1920 französische Kolonie. Aber auch durch Sklavenraubzüger, denn die Mauritanier des Südens wurden von den arabisch-barbarischen Mauritaniern des Nordens versklavt. Offiziell abgeschafft wurde die Sklaverei erst 1980 und unter Strafe gestellt wurde sie erst 2007. Und es gibt weiterhin eine klare soziale Hierarchie. So wird bei den Mauren zwischen den die Oberschicht bildenden hellhäutigen Bidani und den von befreiten Sklaven abstammenden dunkelhäutigen Haratin unterschieden. Fast alle Mauritanier sind Muslime. Der Islam wurde in der Region bereits vor fast 1000 Jahren durch die Almoraviden eingeführt. Die aus Adra stammende Berber-Dynastie trug ab dem 11. Jahrhundert dazu bei, den Islam im gesamten westlichen Teil der Sahara zu verbreiten. Der Islam ist in Mauritanien sehr präsent. Im Namen des Landes, Islamische Republik Mauritanien, auf der Flagge mit der grünen Farbe und dem Halbmond für den Islam und der gelben Farbe für die Wüste, in der Verfassung, der zufolge der Islam die einzige Quelle des Rechts ist und natürlich im Alltag. Die Mauritanier sind Sunniten der malikitischen Rechtsschule und keine Fundamentalisten. Die Religion wird eher als persönliche Angelegenheit empfunden, womöglich, weil der mauretanische Islam vom Sufismus geprägt ist. Unter den Almoraviden entstanden Karawanenstädte, die sich zu geistigen und kulturellen Zentren entwickelten. Cinghetti zum Beispiel gilt als eine der sieben heiligsten Städte des sunnitischen Islam, denn dort werden zahlreiche islamische Manuskripte aufbewahrt. Allerdings drohen die Manuskripte des 12. und 13. Jahrhunderts allmählich zu zerfallen, da es an den für eine sichere Aufbewahrung nötigen Mitteln mangelt. Nun zu einem ersten Problem Mauritaniens. Wie funktioniert ein so riesiges Land, das nur aus Wüste besteht und gering bevölkert ist? Dabei spielen die geografischen Gegebenheiten eine große Rolle. Die lange Küste ermöglicht einen Zugriff auf die Fischbestände des Atlantiks. 90% der im Fischfang arbeitenden Menschen betreiben Küstenfischerei mit Pirogen. Darauf werde ich in einer künftigen Folge unserer Sendung über den Nationalpark Bon d'Arguin, eine Hochburg der weltweiten Artenvielfalt, näher eingehen. Mauretanien ist aber auch ein Land der Nomaden und der Viehwirtschaft mit Schafen und Ziegen. Die Nomaden machen Halt in Oasen, in denen Dattelpalmen angebaut werden. Dieser Wirtschaftszweig leidet allerdings sehr unter den immer häufiger auftretenden Dürreperioden. Im Süden ermöglicht der Senegal, der einen Teil der Grenze zum gleichnamigen Land bildet, künstliche Bewässerung. Dort ist die Landwirtschaft besonders ertragreich und die Region liefert den Großteil der Getreideproduktion mit verschiedenen Hirsesorten. Daher ist sie natürlich auch besonders dicht bevölkert. Über die Nord-Süd-Verbindung von Rousseau über Noaqchot nach Noaibu werden die Getreideprodukte aus dem Senegal-Tal in die Hauptstadt gebracht. Und die Nachfrage nimmt immer weiter zu. In Noaqchot leben inzwischen 800.000 Menschen, ein Viertel der Landesbevölkerung. In 15 Jahren könnten es sogar 3 Millionen sein. Im Primärsektor mit Fischfang und Landwirtschaft, der 19% des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, arbeiten über 50% der Erwerbspersonen. Nun zum Bergbau, der zu 47% zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Abgebaut werden Kupfererz, Gips, Gold, Diamanten, Uran und Eisenerz. Im Norden des Landes gibt es große Eisenerzvorkommen bei Suairata. Das dort abgebaute Erz wird mit der Bahn zum Exporthafen Noaibu befördert. Es macht 40% der gesamten Exporte des Landes aus, weshalb Mauretanien stark von den Weltmarktkursen abhängig ist. Dazu kommt Erdölförderung. Die mauretanische Regierung hat mehrere Förderkonzessionen vergeben. Die Förderung begann vor mehreren Jahren im Tau-Denny-Becken. Daran beteiligt sind die Unternehmen Repsol, Cpex, Wintershall und Total. Betroffen sind auch die Ölvorkommen vor der Küste, insbesondere das Cinghetti-Ölfeld. Der Anteil des Dienstleistungssektors am Bruttoinlandsprodukt wiederum beträgt 34%. Der Straßenverkehr nimmt immer mehr zu, vor allem seit der Fertigstellung der Nord-Süd-Verbindung. Denn durch diese werden zum ersten Mal die westafrikanischen Wirtschaftsräume mit denen des Mittelmeerraumes verbunden. Der Mobilfunk verzeichnet wie in fast allen afrikanischen Ländern hohe Zuwachsraten. Da immer noch viel Französisch gesprochen wird und Mauretanien in der gleichen Zeitzone wie Westeuropa liegt, gibt es dort viele Callcenter. Genaue Zahlen sind nur schwer zu bekommen, denn der Sektor wird weder statistisch erfasst noch besteuert. Auch der Tourismus begann nach der Jahrtausendwende zu boomen, ist aber aufgrund von Sicherheitsproblemen wieder zurückgegangen. So wurde die Rallye Dakar, die 2008 durch Mauretanien verlaufen sollte, nach der Ermordung von vier französischen Touristen bei Alec abgesagt. Damit kommen wir zum zweiten Problem Mauretaniens, Sicherheit und Terrorismus. Es gibt mehrere Gründe für die unsichere Lage. Zwar dürfte Prognosen zufolge die Wirtschaft 2013 um fast 6% wachsen und das Land gilt beim IWF als Musterschüler, aber wieder einmal haben wir es mit einem reichen Land und einer armen Bevölkerung zu tun. Die Korruption grassiert und der Wohlstand ist sehr ungleich zwischen einer Führungsschicht und der Bevölkerung im Süden des Landes verteilt. 42% der Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Über 30% der Erwerbspersonen sind arbeitslos. Und Arbeitslosigkeit, mangelnde Bildung und Hoffnungslosigkeit bilden einen fruchtbaren Boden für die Rekrutierung künftiger Dschihadisten. Dazu kommt seit 2006 die Nord-Süd-Achse von Rousseau in Mauretanien bis nach Marokko, die den Schmuggel aller Art begünstigt. Prostituierte und Sklaven, Migranten, internationale Kriminalität und Drogen, durch die sowohl die Nachfrage in Europa als auch der Finanzbedarf terroristischer Gruppen gedeckt werden. Das Land hat eine 5000 Kilometer lange Landgrenze, mitten in der Wüste, sowie eine 800 Kilometer lange Küste zum Atlantik. Diese Grenzen zu kontrollieren, setzt erhebliche Mittel voraus. Denn Mauretanien grenzt an die umstrittene Westsahara, die sowohl von Marokko als auch von der Polisario, einer bewaffneten Unabhängigkeitsbewegung, beansprucht wird, weshalb Marokko an der Grenze zu Mauretanien eine Mauer gebaut hat. Und es grenzt an Algerien, wo die sich Al-Qaida im islamischen Maghreb nennenden Terroristen, die Armee bekämpfen und Mauretanien als Rückzugsgebiet benutzen. Und an Mali, dessen Stabilität vor kurzem durch einen Krieg erschüttert wurde. Dort griffen im Januar 2012 Tuareg, der Nationalen Bewegung für die Befreiung des Asawad, die Armee an und riefen die Unabhängigkeit des Asawad aus. Zunächst unterstützt und dann verdrängt wurden sie dabei auch von Al-Qaida im islamischen Maghreb. Der malische Gegenangriff mit französischer Unterstützung hatte für Mauretanien mehrere Folgen. Es entstanden Flüchtlingslager bei Bassi Kunu, in die etwa 70.000 Malier vor dem Krieg flüchteten, und die mauretanische Armee unterstützte die malische Armee bei ihrem Kampf gegen die Aufständischen in Mali. Auch wenn der Terrorismus eher die Nachbarländer Mauretaniens betrifft, gibt es seit 2005 vermehrt Anschläge. Geiselnahmen, Infiltration, Angriff auf einen mauretanischen Armeeposten und eine große Zahl von Waffen aus Libyen. Deshalb hat die Regierung einen Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung des Terrorismus in vier Bereichen beschlossen. Rechtliche Maßnahmen zur Kontrolle im Inland, die von der Opposition als Einschränkung der Freiheitsrechte angeprangert werden, militärische Maßnahmen durch ein Abkommen zwischen Mauretanien und den USA sowie Operationen mit logistischer Unterstützung durch Frankreich, soziale Maßnahmen durch den Versuch eines Dialogs zwischen den inhaftierten Salafisten und den FUKAHA, Spezialisten für islamisches Recht, damit sie zur Abkehr bewogen werden und in ihre Stämme zurückkehren, und natürlich politische Maßnahmen, um den Missbrauch der Religionen für die allzu fadenscheinigen Auslegungen des Korans und der Hadithe anzukrangern. Vielleicht wird daran deutlich, wie schwierig es für ein muslimisches Land ist, Terroristen zu bekämpfen, die sich auf den Islam berufen. Zum heutigen Thema empfehlen wir Tribü, Ethnie et Pouvoir en Mauritanie von Philippe Marchesin bei Carthala und Mauritanida von Abib Uld Mafouda. Weitere Hinweise auf Bücher- und Internetseiten, auch in deutscher Sprache, finden Sie auf unserer Website. Untertitelung des ZDF für funk, 2017